Heute in fünf Wochen, liebe Zuschauer, haben wir Sie vielleicht wieder als unsere Gäste, wer weiss, vielleicht hier im Studio, vielleicht zu Hause. Und für heute aber wollen wir uns von Ihnen verabschieden und zwar mit der Gruppe, die Sie sich ja gewünscht haben, nämlich mit einem ganz neuen Titel von der Boney M. Mm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020